Ich bin in die Mission! das ist schon ganz schön fehl gewesen oder hau ab ist wieder kugel ich will genau dann los wo es losfeiert wieder dasselbe ist ja logisch dass ich muss oh man oh danke danke für die energie so der pinguin so das war das erste natürlich keine nur versenden aber mal sehen ich hoffe dass ich einen schlag bevor ich drauf gehe heute könnte ich auch ein subtech nehmen was er leben oder meine fresse das sieht aktuell doch ziemlich knapp aus ich werde wieder rückwärts in mich eingesprungen ich hasse es so diese mal nicht so auf den edo so verdammt stirb da kommt metal video so nochmals den pinguin diesmal mache ich dir richtig voll damit dann sprich dir ja ja friss nein au ja so stellt mir das vor schnauze pinguin erledigt so weiter wer kommt denn hier als nächstes zu den chameleon hier er wo ausgrößern und da machen wir die in den direkt sie platt Autsch! Boah, nervt nicht! Cassidy ist viel. Auch im Original. Wo ist das? Oh! Glück gehabt! Meine Güte! Der ist und bleibt nervig! Das fiel aus wie Lava. Das kann ja nur Flame MMS sein. So sieht es aus wie der Biddy-Version in groß von Mega Man X. So. Dann nehmen wir wieder Stormtornado. Dann zeigen wir uns diesen Mammut. Power! Boah! Ja, komm schon. Mach hier nicht so ein Gewäser und grep hier einfach. Ja. Eigentlich sagst du an der Stelle Spring X. Ja. Sag jetzt draufjumpen. Das ist ein paar zwischendurch. Ja, ja. Oh. das aufklaren ist auch was ich meine lebensenergie also war vor den gegner ja hier ist gut ich du ich glaube ich werde dich hier zu schützen ist alles Teil des Planen von Sigma ich habe nicht immer gerne folgen von anderen Plans was? Zero! Du bist schwer zu schützen als ich dachte X, nichts mehr zu tun kann, es ist vorbei Ich hoffe, du bist bereit, Axe! Rolling shield! Rolling shield! Aua! Boah, Alter! Nerv nicht! Hey, hey, hey! Nervensäge! Zero! Hör da, Junge! Axe, ich sage dir immer, dass du dir mehr vorsichtig bist. Nervensäge! Nervensäge deine Energie zu sprechen, Zero! Wir müssen dich auf! Es gibt keine Zeit für das. Hier, ich nehme meine Arme, benutze sie auf Sigma. Zero! Geh jetzt! Maverick Hunter X! What? Und jetzt? So, un-dub. Nein, direkte Arme. Wie hieß das? Auf jeden Fall der Rex hier. Und man sieht alles roßig aus. So, weißt du mal? Ich habe keine Aktionen zu verholen. Ich habe ein Aktionen zu verholen. Aber jetzt, ich bin mir noch mal ein Aktionen zu verholen. Ich habe noch ein Aktionen zu verholen. Na komm schon. Aua. Bloß nicht treffen, das hier. So viel dazu. Okay, diesmal kriegt er mich nicht so schnell. Ich hab nicht mehr Energie. Ich hab nicht mehr Energie. Wenn ich es rauf hätte, mich nicht anfassen. Das wäre schon ein Ding. Aber was zählt ist, ich kann ihn besiegen. Das sieht gerade nicht so sonderlich rosig aus. Fuck. Die beiden jetzt war auch mit Haptik gemacht. Na was soll's. Der ist jetzt Geschichte. Bleibt mir noch Sigma. Der Schuss ist voll aufklaren. Und weiter. Begater. Was, Drop Frames detektet? Das mag ich nicht. Nein. Impressiv, Vex. Es sieht, wie du wirklich hast, das Potenzial, ich habe in dir gesehen. Arpen, ich mache mal Pause. Hier komme ich. Hier habe ich jetzt Dropped Frames, das gefällt mir gar nicht. Jetzt hat ich wieder Bericht zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ab wann das genau losging. Lass das. Da sieht man auf jeden Fall, dass sie jetzt mehr abgezogen hat. Und dadurch wird es im Endeffekt auch etwas leichter. Ja. Lass das. Schon mal gesagt, ich hasse das. Naja. Naja. Ach ja, viel schnell das geht, wenn das halt mehr abzieht. Viel, viel einfacher. Jetzt ist es doppelte oder vierfach abzieht. Ich bin nur noch nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist doppelte. Na komm schon, weiter. Hier ist es nicht mehr schade. Aua. Und das war es dann. Easy. Mit dem Schuss easy. Das ist einfach wesentlich mehr abzieht. Ja. Und deswegen war es ganz gut, glaube ich, dass ich mit dem Anhaltsschuss erst mal gemacht habe. Dann wird das hier noch mal leichter verstanden geht. Das üben war aber auch lästig. Ich denke mal, der Hadoke war nie noch mal gut. Das habe ich ja schon gezeigt. Dann war es das mit dem Rad von X. Und äh... Im Laufe der Zukunft wird dann erst mit Y weitergehen. Mal sehen, was ich morgen aufnehmen werde. Heute ist Montag. Ich habe endlich das Internet wieder. Und eben hatte ich irgendwie aus mir unbekannten Gründen dropped Frames, aber es hat sich wieder beruhigt. 183 Frames waren und getroppt. Mein Name ist Thomas Light. Ich bin der Forscher, der hat und gebaut Mega Man X gebaut. I granted X-special powers that no other robot possesses. Utilisend sein Bewusstsein, er kann sich denken, schreien und schreien komplett von seinem eigenen Grund. Das bedeutet, dass er auch mit den Materialien notwendig für die Entwicklung des Robots in der gleiche Weise wie die Leben ist. Es ist ein Faktor, dass die Menschliche Leben kurz und fleißig ist. Ich schaffe, dass ich nicht Zeit habe, um die Sicherheit des X-Projekts zu haben. Das ist das Grund, dass ich ihn wegfassen habe. Vielleicht wird er in der weitemalte Zukunft herausfinden, und er kämpft, um für alle Menschen zu haben. Ja, ich glaube, dass dies zu passieren wird. Aber ich bin nicht ohne Angst. Ich schaffe, dass X wird in der Krieg, die wir nennen, Progresse. Ich versuche die Menschen des Zukunfts, um zu erinnern, dass X ist meine... ...Nah, die Welt's Hoffnung. Ich bin ja auch nicht, dass es nicht going. Ich bin mal nur einen Ready-Fast-Groß. Ich bin ja nicht. Ich bin jal. Ich bin auch nicht. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ich bin ja. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Die Leute, die Leute, die Leute... Die Leute, 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 die Leute zu sie haben. Aber ich hab' nicht gewusst! Ich bin neuer, aber ich hab' alle Echte! Ich hab' alle E 아마 noch ein paar Tage lang. Ich hab' alle Eisekern gesperrt haben... Ich hab' alle Eisekern aus- und für so wollte ich auch mal sagen. Ich hab' alle Eisekern gesperrt! Ich hab' alle Eisekern gesperrt! Was ist denn? Die Eisekern ist des Eisekern zur Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.